So schön! Herzlich willkommen, hier ist Movoin, zurück zu Let's Play Just Cause 4. In der angespielt Version, denn ich weiß noch nicht so richtig, ob es... So, jetzt werden wir spielen. Ich habe gerade mit Maus und Tastatur gespielt, war etwas verwirrt. Jetzt. Du kommst da hin. Wer schießt denn da? Oh. Das tut mir natürlich leid. Okay, ich versuche das hier mal ganz düsement, ganz lässig. In aller Ruhe. Fertig zu machen. Ich hoffe ja, dass hier nicht neue kommen. Ja, sicher. Wie gut können die denn werfen? Ich nicht. Das ist eine große Tür. Es sollte eine Steuerungstafel geben, die du benutzen kannst. Das war nicht so geplant. Ja. Geh mal da hin. Okay. Hm. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich hier machen muss. Da. Alles klar. Ah, ging gut. Okay. Hey Mann, was geht nur vor sich? Ich weiß nicht. Die Armee des Chaos holt euch raus, aber wir müssen uns den Weg freikämpfen. Los Leute, wir verschwinden von hier. Na los, dann haupt mal ab. Haha. Ich hab' schön Puff gemacht. Er schießt hier. Jetzt geht's euch gut. Okay. Sehr schön. Ja. Deckung? Oh. Sieht aber gut aus. Ich hab' dich. Brauche etwas Deckung. Mhm. An alle Einheiten der schwarzen Hand. Weitere Informationen folgen. Moin. 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 So, wer noch? Moin. Wo ist der Dritte? Alles klar. Tschüss. So. Da mal. Sonst geht's noch. Okay. Da hinten. Was ist das da? Sichere die Region. Ja, ich bin bei. So. Hui. Okay. Wo können wir noch hin? Lass mich mal da hin gerade. Das sieht sehr interessant aus. Hier so. Oh, hi. Ganz vorne. Wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Nehmt das geschütztes Visier. Bleibkontakt. Das war knapp. Ja, hoch. Mensch, das ist ja schade. So, schießen wir mal ein bisschen rum. Schön. Schön, drück es schon mal da. Ich balle hier einfach mal irgendwo hin. Da hinten kann man auch noch irgendwo schießen. Was ist das da? Was ist das da? Das da? Mist. Mist. Gut, ich glaube, ich komme hier so nicht weiter. Äh, doch, weitermachen. So, was haben wir denn auch? Hä? Nochmal. Hm, wo denn? Was war das? Juhu. Okay. Oh. Ich habe immer Büße. Wie cool. Okay. Ich glaube, ich mag die Waffe. Ich wünsche, ich könnte ihn mehr kaputt machen. Der stört. Kommt jemand? Na los, komm schon. Oh, was war das? Das war vielleicht nicht ganz so gut. Oh, da hinten dampft irgendwas. Oh, was dampft hier? Na gut, gehen wir mal weiter. Was gibt's denn hier Schönes? Renatenwerfer, Schrotflinte. Ja, ja, ja. Was ist das in der Mitte? Äh. Kommt jemand den Renatenwerfer mit? Moin. Servus. Tschüss. Tschüss. Hm, das funktioniert anders, als ich dachte. Aber es funktioniert. An alle Einheiten der schwarzen Hand. Weitere Informationen folgen. Nee. Ich wollte da hinten angreifen. Ich wollte manchmal versuchen an so einem Ding da. Nee, geht nicht. Okay. Ach, hm. Panzerfaust. Schrotflinte. Äh. Ja, komm. Nehmen wir die Panzerfaust. Wenn wir schon mal müssen, dann... Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet. Bereithalten. Mhm. Auf geht's. Das kann ich nicht machen. Das wäre verspendet. So. Wo haben wir denn hier noch ein bisschen Unruhe zu stiften? Was ist denn das da? Was ist eigentlich das da? Ach, ich kann das auch so machen. Nee, doch nicht. Ähm. Und das da? Einfach mal ein bisschen ballern. So. Öffnen das Internierungslager an Norden. Ja, machen wir. Ein bisschen vorwärts kommen. So. Hi. An alle einhalten. Position halten. Tschuldigung. Wo denn? So. Ja, ich. Ja, ich. Aber check doch mal, wo. Okay. 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 Einmal bassen, bitte. Renate. Er wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet. Bereithalten. Moin. Nein, hier ist keiner. Hä? Hä? Wer? Wer hat denn da... Ja, wo denn? Ich geb euch ein Ziel. An alle Einheiten der schwarzen Hand. Weitere Informationen folgen. Hm? Ach, da oben. Hm? 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 Was zur Hölle? Schnell! Oh, kein Eindruck! So. Was ist das? Sturmgewehr? Nö, 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 nö. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Ähm... Das. Das kann nicht richtig sein. Hier. Wo denn? Jo, das Ding war dann mal weg. Hm. Das Baby kann ich so schön reinschicken. Wer hat eine Granate? Es geht los! Es geht los! Ach, komm schon. Moin! Ups. So. Habe ich noch was? Ist hier noch irgendwann euer Fahrschein? Ähm. Der Meister des, äh... Greifhagens. Ich nutze eigentlich mehr den Greifhagen, als die... Affe. Hm. Okay, Leute. Zeit, dass ihr euch befreit. Kommt! Ach! Vielen, vielen Dank! Wir stehen tief mit deiner Schuld! Später. Gehen wir. An alle einhalten! Position halten! Ach, ist... Hm? Was war das denn? Mist. Komm jetzt! Ich muss ja beide im Auge behalten. Klar, die laufen unter der Kugel lang. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach dem Offen. Gehen wir. No, up! Der Feind beschwindet sich in unserem Einsatzgebiet. Bestellt sich. Eindringling auf dem Galente. Was machen wir denn da? Sehr gut. Weiter geht's. Wo denn? An alle Einheiten der schwarzen Hand weitere Informationen folgen. Tschüss. Benutzt du das Maschinengewehr? Nee, kann ich nicht. Sehr gut. So. Gott, bin ich schlecht. Alles klar. Ich hab dich auch. Schau dir all die Treibstofftanks an. Gott, du. Titi, stopp. Alter. Hey, hey, na los. Jagen wir das ganze Espinosa-Zeug in die Luft. Hab ich doch schon. Der ist hier drüben. Feuer eröffnen. Opsi. Hoppla. Hoppla. Alles klar. Ich bin schon da, Jungs. Verdammt! Das war jetzt nicht so gut. Okay, anders. Ja, Schuss, ne? Ups. Komm schon, geht weiter. An alle Einheiten, wachsam bleiben. So, tschüss. Japp. Ruf die Karte auf. Ja, sicher, sicher. Sieht danach aus. Gute Arbeit, Leute. Suche nach Feindbelnden. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Ich wünschte, es gebe einen anderen Weg. Wie, du befährst mich jetzt. La, la, la. Oh, das ist unser. So, du hast die Befestigung in Hülle abgeschlossen, sodass die Armee jetzt vorrücken und die Region Tyrell sichern kann. Du hast reichlich für Chaos gesorgt und dir damit weitere Trupps verdient, die ab sofort als Reserve zur Verfügung stehen. Damit können wir vorrücken und Tyrell sichern. Wähle die Region jetzt aus. Äh, hier. Senke die Kosten, die du angreifst, angrenzten Regionen sicher ist. Ach, gut. Ach, cool. Was sind das hier für Posten? Motorradstunt. Ach, das sind irgendwelche Zwischen... Ähm... Was ist hier los? Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Wenn wir schon mal hier sind. Geht's los? Izzy wollte noch ein paar Infos von einer Quelle in Kuja holen. Kannst du dafür sorgen, dass sie sicher zum Außenposten kommt? Kannst kaum erwarten, sie zu treffen. Tja. Oh, da flog gerade was runter. Hey Rico, ist eine gute Gelegenheit, unsere neuen Piloten zu testen, oder? Klar. Klasse. Okay, dann ruf mal ein. Äh, die Karte? Äh, weder Kuja? Wachungsluftschiff? Wer, wo ist denn Kuja? Da. Oh, da hinten. Transport anfordern. Reise erbitten. Was soll ich da machen? Wähle Kuja. Klick. Transport anfordern. Äh. Weder einen verfügbaren Piloten müssen in einem Einsatz auf Tank, soll es hier für die Zeit nicht zur Verfügung stehen. Ja, dann nimm doch mal hier so. Ich wollte da gar nicht hin. Wäre ich da jetzt hingeflogen? Das wollte ich gar nicht. Äh. Abwurf. Mira, Sargento, ich springe über Kuja ab. Nein, springe ich nicht. Izzy wartet auf dem Dach des Bautista-Gebäudes auf dich. Auf welchen? Da ist sie. Moin. Freut mich, dich zu sehen. Hallo. Woher? Hat wer? Kein Heli? Ich dachte, du bringst einen mit. Hm. Ich glaube, ich weiß, wo wir einen bekommen. Öffne das Nachschublieferungs-Menü. Äh. So? So? Nee. Nachschublieferung. Wähle einen verfügbaren Piloten. Hier. Wähle Zielefahrzeuge. Äh. Verstanden. Vorräte kommen. Äh. Wo schmeißt du mir den hin? Sargento? Ich würde sagen, das mit den Piloten läuft. Fliege den Helikopter. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, ob der hier zu Izzy zurückkehren in 7. Abfahrt. Wo lande denn hier von Izzy? Woh, 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 woh. Ruhig, 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 ruhig. Schönes Bienchen. Dann mal los, Izzy. Bin gleich bei dir. Ist hingefallen. Das war ich übrigens. Mirra, wo geht's denn hin? Radio. Ich bin gerade erst angekommen. Schicke dir die Koordinaten. Diesmal was, diesmal was, diesmal was. Diesmal was. Äh, vielleicht mach ich das doch lieber auf. Schöne Stadt. Ihr arme Stadt. War schon immer so. Bevor Espinosa sich in seiner Burg im Himmel verkrochen hat, war sein Hauptquartier in Nueva Vos. Da steckt das ganze Geld. Da hinten. Was sagt denn die Karte, wo das ist? Ähm. Ach so. Ja. Da schlagen sich die Leute in Kuja anders durch. Zum Beispiel, indem sie Infos an die Armee des Chaos verkaufen. Zurückschein. Was haben wir? Die sind nur für Mira. Hey, mach mal das Radio an. Wir brauchen Musik. Okay. Das dachte ich auch gerade. Ich habe über Diego den Heiligen gelesen. Wenn da nicht mehr Währung kommen will. Ja, bitte. Lässig. Lässig. Oh. Das sieht nach der richtigen Stelle aus. Auch ein bisschen knapp. Karte, bitte. Ah, ja. So. Dann strengen wir auch gleich aus. So. Danke fürs Mitnehmen, Adware. Oh, bitteschön, bitteschön. Jederzeit gerne. Mira, wir sind da. Gut, ich bin im Kontrollzentrum. Kommt hoch. Ach, stimmt ja. Das beschützt ihn ja noch. Mit deinen Augen, deinem Visier, deinen Händen. Hm. Hast du dich schon ans Kämpfen gewöhnt, Bruder? Ich habe mich dran gewöhnt. Aber du. Schon an der Tür geklopft. Ah. Es kann losgehen. Wie läuft's denn, Izzy? Läuft. Wir rücken schnell vor, aber das ist egal, wenn die Verteidigung von Iapa noch aktiv ist. Izzy und ich arbeiten schon daran. In allen Einrichtungen sind Prototypen des Wetterkerns. Und jeder Kern ist verbunden mit dem Iapa-Verteidigungsnetzwerk. Hm. Die Türme mit den Geschützen. Ja. Wenn wir aber einen Virus in die Kerne einschleusen, dann können wir damit über das Netzwerk eine Störung der Maschinen in den Türmen verursachen. Alles fällt aus, bumm, keine Geschütze mehr. Dann wäre da nur noch der Blizzard. Eins nach dem anderen, Mira. Erzähl mir mehr über die Einrichtungen mit den Wetterkern. Das ist Zona Uno. Geschützt durch einen Sandsturm. Mira, hier. Danke, Izzy. Was ist das? Infos über einen Ort namens Lamas Mora. Ein geheimgefängnis in der Wüste. Wüste? Prototyza in Izzy? Er sprach darüber. Vielleicht ist Onkel Lancer noch am Leben. Er wird dort sicherlich festgehalten. Und, äh... Er wäre eine Hilfe für uns bei Zona Uno. Er unterstützte deinen Vater bei Projekt Iapa. Hm. Mira. Wenn er noch lebt, finde ich ihn. Mhm. Hier ist Zona Tres. Laut Izzy ist der Laden aber nicht im Netzwerk. Aber mein alter Freund Cesar hatte eine Theorie, die uns helfen könnte. Dann sollten wir uns das mal anhören. Und das ist Zona Dos. Wir wissen darüber aber nicht viel. Bestimmt Kai. Gehst du da vielleicht auch mal ran? Ich bin kein Agency-Agent mehr. Rico, die Koordinaten sind in der Nähe. Sieh nur. Hm. Das kann kein Zufall sein. Ich seh's mir an. Na also. Ich schicke dir die notwendigen Daten auf deine AR-Linse. Gut. Jetzt treffen wir Oskar da, wo es weh tut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sag erstmal Tschüss.